Willkommen zurück. Wir besuchen jetzt ein bisschen Harley Quinn. Sehen wir was die hier für abstrakte Feuern feiert. Was ist denn hier los? Ey, mich regen hier die Bandeln bei meinem Pullover. Sie stehen einfach senkrecht nach oben. Jetzt, jetzt bei mir auch. Das ist die ganze Zeit so. Du brauchst den Öbel empfangen. Ja klar. Aller ja, maskuliner Pusha oder was ja. Ah, den Glocken drum, den fühle ich so, diese Location, sagst du ja nicht. Ich fühle mich die Bandeln, Alter. Du fühlst mich in irgendwelche anderen Glocken. Mach langsam, Bandscheibenvorfall. Soll du nicht damit sparen? Nee. Du musst ja denken, bei The Fast and Fears oder Roman Tears, kann ich auch fix meine E-Mails checken? Wow. Dr. Q lädt alle ihre Quinnies zu einer Wellness-Party ein. Wunderbar. Ah, die Bandeln. Ja, krank, oder? Das erste Mal aber bei mir. Ja, bei mir ist es die ganze Zeit schon. Was soll ich denn sagen, Crispus? Sie ist eine Fußballman. Nimm sie einfach fest, Mann. Hey. Einen Moment. Nightwing, hier läuft etwas seltsames. Wir haben Blockaden aufgestellt, aber wer weiß, wie lange die halten werden. Montoya? Harley zettelt diese Unruhen an. Haltet Stellung. Wir kommen zu euch. Wie viele von euch sind denn gerade da? Egal. Ist nicht wichtig. Seid nur schnell. Okay. Wir haben ein Ziel. Schlagen wir zu. Oh, hier haben Blockaden in der Stadt. Jetzt wird's wild. Oh, hier haben Blockaden in der Stadt. Jetzt wird's wild. Boah. Sieht auch schön. Das Tumptnale, ja. Mir egal, was ihr tun müsst. Halte die Barrikade. Lange Abend. So wie immer. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, das ist noch offen. Nur noch keine Spur von Harley. Das ist doch lächerlich. Wofür müssen Fußballmoms und Yogadets denn randalieren? Rabattaktion bei Minivans? Ich seh mal nach. Pass auf. Wenn du stirbst, wär das ne Menge Papierkram. Wir sterben nicht. Alles ist hier in der Stadt los, oder? Ein Eiswagen. Was macht der denn hier? Ich sehe die Aufstände schon. Wieso kommt ich denn jetzt hier nicht rüber? Ist dein Ernst? Nichts gedrückt halten. Ja, hm. Wollte nicht. Ja, ich krieg gerade die übelste Bombe von dem. Geil. Wo kommen die mir jetzt alle her? Die ganzen Yoga Mamse weggeschlagen. Das war's dann wohl. Fürs Erste. Glockenturm, ich habe hier ein Implantat. Ich schicke dir die Seriennummer. Die Nummer gehört zu einer Art Neuroimplantat. Es wird derzeit in den Degget Labs an Menschen getestet. Das muss Harley gestohlen haben. Was bewirkt das Implantat? Es schafft jegliche Hemmschwellen im Gehirn ab. Es gibt eine Begrenze, aber den kann man deaktivieren. Es führt also dazu, dass normale Menschen in Ramok laufen. Wir müssen das Signal abschalten. So lange das Implantat aktiv ist, haben diese Leute wahrscheinlich von nichts und niemandem Angst. Scheiße. Hm. Wir suchen nach der Quelle, dass das Signal ist. Ja. Ich erkenne ja erstmal gar nichts beim Scannen. Warte mal. Was ist denn das für ein Funkturm hier? Ja. Am Wagen. Gescannen. Jetzt kann ich deaktivieren. Ich brauche dich beim Gotham General. Schnell. Auch schön von dir zu hören, Montoya. Hm. Bitte das Go from General. Wir brauchen vielleicht eine Hilfe. Kann er nicht verfügbar, gell? Wieso, wir müssen wissen? Na, vorzüglich zum weißen Punkt. Was haben wir Lust? Weil er so ganz komisch hier in der Mitte rumschwebt. Ja. Kannst einpacken. Baseballschläger gegen Pistole bringt nichts. Ich weiß nicht was so ganz vieles zu tun. Genau. Ich steppe die Tür ein. Ich stecke die Tür und eröffne. Da sind die wichtigen Leute daran. Schrotthilfe. Ah. Ich stehe vor dem verfluchten Krankenhaus, Red Hood. Wir müssen da rein. Das DCPD soll die Position halten, Montoya. Harley hat die Bürger da drin unter ihrer Kontrolle. Ich kann sie stoppen. Sie müssen! Gut, aber ich erwarte einen kompletten Bericht. Warte, 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 warte. Da steht laut auf und lässt sich hier schocken, was auf. Völlig durscht, der Typ. Hier trüben finden wir eine große Kiste. Jetzt bleibt die Frage, wo ist Harry? Die Krassenhaus sind Überwachungskameras. Sieh doch mal im Sicherheitsraum nach. Den rennst du jetzt aber wie so ein Gestörter. Ja, ich brauche Kills. Wieder die umsmackt. Weißt du eigentlich wie lahm du bist, Todkäppchen? Was? Todkäppchen? Hm. Weißt du was dein Problem ist? Du brauchst mehr Spaß. Also hab ich dir Geschenke dagelassen. Schöpfe doch. Woah. Aber fuck abhören. Es ist kank. Das könnten sie nichts fühlen außer Spaß. Dieses verdammte Lied nervt langsam. Na, ist immer ne Kiste, wo passt das egal. Ja. Ja. Nee, eigentlich nicht. Ich lass dich jetzt liegen. Kann sein, dass wir da noch rankommen. Ein Zimmig. Und das ist... Noch ein Zimmig. Ja. 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 Was? Ich muss drei Balken. Drei Balken? Und ein voll. Ich hab jetzt dann als zweiten Angriff. Aber ich sag dann, wie du die Dinger so richtig zünden musst. Wie? Wie? Hm, wie? Ja, wie, wie? Na, mit R1 und dann X drücken. Und dann hab ich unten irgendwas goldenes. Ich hab keine Ahnung was das macht. Oh, dann muss das fantastisch gedrückt halten. Dann noch ein bisschen. Aber das ist ja noch... Und beim gelben müssen, glaub ich, zwei Striche voll sein oder drei. Ne, drei. Das hat er grad nicht gemacht. Dann gedrückt halten. X. X gedrückt halten, okay. Ja, ist es bei dir auf X gelegt oder ist es bei dir auf X? Ja, auf X. Ja, dann muss man dann R1 gedrückt halten plus X gedrückt halten. Okay. Scheiße, nein. Bei mir funktioniert das eigentlich. Und du brauchst drei Balken Schwung. Drei Balken, okay. Für das Goldene, okay. Bei mir ist es aber bloß so ein... Ich mach da so nie mehr ein imaginäres Schild und mich um so eine Kuppel. Verdammt, die haben Geist. Ich siege die Freaks. Ja, gedrückt halten, da macht was. Hier hast du grad so ein kurzes Schild gemacht. Ey, da kann ich trotzdem kurz los. Schmeckt wirklich toll. Bereit? Wenn dir weh tut. Leichtgewicht. Montoya, einige Bürger sind auf dem Weg. Bringen Sie in Sicherheit. Okay. Ach, schade, die Kiste haben wir wirklich. Danke, Rettel. Naja, gut. Ich kann mich nachher zur Ruhe schlafen. Verschwendet. Das GCPD wartet schon draußen. Der Sicherheitsraum liegt auf der anderen Seite der Kapelle. Ich weiß nicht. Ich muss die Hollyquins schädelmaßliche Riesengebäude aussuchen, wo wir ja übelst lange rumlaufen müssen, ey. Lass mich warten, Todkäppchen. Betz würde das nicht gefallen. Ich weiß nicht. Das würde er schon verstehen. Besiegen die Freaks. Verdammt, was war das? Nix. Ich mach nur die Deko fertig. Du wirst dich wahnsinnig freuen. Boah. Ich glaube, verrollen ist nicht das richtige Wort. Oh, ich wollte die wegschlagen. Wie sieht das nicht? Wie kommt noch mehr? Oh, da kommt noch mehr. Und eben gibt's ja auch was zum Scannen, Alter. Wir sagten mal, das Geld ist. Das Sicherheitsraum ist das, komm mal rein. Tastatur. Ach so, für Überwachungskameras. Müssen wir jetzt lang? Wo lang geht's? Ich wusste, dass es hier war. Was ist denn das? Ist das Holly? Ja, mit kurzen Hauen jetzt, ja. Klar. Da ist sie. Alles klar. L3. Ich komm dich holen, Holly. Ich habe den Film nicht zu leiden. Oh. Aber ich bin deswegen多 nicht zu leiden. Na's. Das ist toll. Wir sind passiert. Die wurden sogar markiert. Wo müssen wir hin wissen? Geil, die hat es dann mal. Allein? Ich hab' den Film nicht vorgegeben. Ich hab' ihn noch wie ein. Ich hab' ihn noch viel Zeit. Und die werden kann. Was ist denn hier los? Moin! Das ist R1 und X gedrückt halten dann. Ja hier, du machst es, genau. Hey, machst du das ja 10x hintereinander oder was knallt denn hier so wunderbar? Ich habe keine Ahnung. Das hat bei mir halt nichts abgezogen von meinem Balken. Gibt es denn irgendwas zu holen? Ja, ich finde aber das würde halt, dass das Zeug gemacht. Was ist denn da? Echt? So! Boah! Gibt es denn hier durch die Tür? Moin, was geht? Ich will auch was haben. Gibt auch noch genug, ja. Gibt auch noch ein paar Boys. Boah, yo. Übertreib. Was machst denn du hier? Ja. Alter, was hast denn du jetzt gemacht, dass er gleich tot war? Ja, schweiß es nicht. Da drüben ist eine Kiste. Wie schweiß es nicht? Ich habe einen Spezialangriff gemacht und wow. Ich habe nicht gedacht, dass er leise rumkippt, der Typ. Da war ja noch voll. Aber schweiß ich habe auch hier, wo ich in der Ecke rumgeklitscht habe. Ohne meinen Spezialangriff gemacht. Ah, Harley, man, hier wäre wir. Wahrscheinlich haben ihre neuen Fans auch was damit zu tun. Ich bin der Türsteher. Die Spezialfähigkeiten glitschen bei mir trotzdem manchmal rum. Das war gar nicht klapp. Ich mache den Angriff und dann die Leiste wird leer und da hat nichts gemacht. Was ist denn das für ein Krankenhaus? Genau wie im Film. Was ist denn das für ein Krankenhaus? Was an dir? Öse Disco drin! ich frage mich was das für kranken das krankenhaus ist die alle knistern so kontrollierst du sie also geht das her nein mein spielzeug genug gespielt harley ha 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 als ob das ist schon ein planung seit blackgate willkommen zu meiner party deine party ist scheiße wo ist die tote die ist echt eine ganze genusswort getan da noch ich habe gar keine ahnung wie wir sind sie verspringen aber wieso bin ich jetzt mal betäubt bist du auch betäubt ich hab ja keiner mit dem armen abgekriegt aber wie abgeht sich wieder betäubt immer noch immer noch ich finde das doch voll doof dass du die gegnern spotten kannst woher weg da wie der hammer ausrastet jetzt gibt die mir aber mies mit dem alter ja genau die machte in der falsche richtung ja bin ich wieder betäubt was ist denn das hier oben von zirkus sonst sehen die alle gleich aus ich muss sammeln hier jetzt verloll was geht denn die ab geil da wäre doch noch meine besondere überraschung was ist denn die kumpels oder was woher ich sehe nur durchgetauschen hat halter Tschüssi! Hä? Das wird jetzt natürlich stark auf jeden Fall. Komm schon. Geil, wie sie weggeslackt hat. Alter, wie die hier durchschlägt. Habt ihr mich vermisst? So gehört sich das! Spiel mit mir! Ja, komm. Jetzt kommen wir nach mit den Boys hier. Hat doch ein bisschen Spaß. Ui, meine Special Attacker drin ist echt eingeknistert bei der Harley. Oh ja, jetzt kriege ich den geschlugelsten Kick. Nee, okay. Aber wenn ihr schon mit Special Attacken ballern schon mies jetzt so. Boah! Geil, ja. Ich darf so ordentlich ihnen ins Gesicht. Das darfst du nicht! Ich kann schon besser! Du Mutti! Was zum Beispiel hab ich getan? Nee. Verschwinde jetzt! Beeil dich! Hey! Wohin willst du? Du kannst noch nicht gehen! Das macht doch Spaß! Das war's! Die Party ist aus! Da kannst du echt gute Thumbnails raushalten, ne? So die sich bewegt hier. Dass sie zum Beispiel auch richtig gut ist. Das stimmt. Boah! Macht hier ein wilden Schwinger oder was? Das schiebt doch mal. Geil! Das hat doch nicht so geschmeckt. Boah! Na Bosskampf, da ist nix ganz cooler. Ja. Ja. Boah! Ja! Alter! Einmal will ich das austeilen bei Mr. Freeze. Die gehen an. Wenn wir den Typen gehabt hätten, ja. Das macht so, dass es manchmal 60 Schaden oder so. Aber... Da konnten sie das. Boah! Boah! Jeden wilden Schwinger macht da einmal nix hin, ey! Naja. Ihr seid gar nicht alle. Hallo! Genau! Ich muss doch noch so ein Ding fressen. Ich bin ja gefühlt nur mit Waffen nachladen beschäftigt. Boah! Boah, der ist halt schön gesessen. Boah, was geht jetzt? Ich hab das Holz gelegt. Du hast doch geschummelt! B-B-B-B-Bät... B-B-B-B-B-B-B-E-R... B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-N-G... so cooles bild das macht mir noch wochen lang kopfschmerzen das kriegst du locker noch mal mit der wundern im auto fahren besser das hast du gereicht wie die menschen abgegangen ist bei suicide sport gesundheitswesen ja genau schau mal bei der reihen 19.786 fernkampf schaden immer gesamt schaden durch fähigkeiten 25.000 wir haben die tappel der ball aktualisiert so haben wir verklappt aber ganz cooler bosskampf so wie bei mr freeze wir sehen uns im nächsten video meine freunde bleibt dran